So, was auch nirgendwo anders ist. Jetzt rechts abbiegen. Ach seht ihr, das ist das hier. Wir gehen jetzt durch den kleinen Leuch. In 200 Metern am Ende der Straße rechts abbiegen. Auf die B6, Hannover Schellstraße. Ja, Hannover Schellstraße, dann können wir auch die Kirche einfach machen. Jetzt rechts abbiegen. Genau. Ach, siehst du da auf dem Plakat, der wird für Tortellini aus Italien. Ah, super. Bei Riemen küsst du das. Ja, los. Mit 700 Metern haben Sie Ihr Zwischenziel erreicht. Hier haben Sie Graffiti reingemacht. Oh, das sieht gesund aus. Ja, das ist auch der Riemenpark-Kompanie. Dort die Lieblingssee. Die Lieblingssee hat jeder uns vorgestellt. Ja, das ist auch der Riemenpark-Kompanie. Ja, da war ich meine, da kommt ein Fahrrad nicht mehr klar. In 300 Metern haben Sie Ihr Zwischenziel erreicht. Sie haben Ihr Zwischenziel erreicht. Ja, da bin ich ganz glücklich, ich bin noch mal im Zwischenziel. Aber ich könnte noch mal rechts rein. Bleiben wir rechts rein. 2,9 Kilometer der Strasse vorliegen. Jetzt links abbiegen. Jetzt machen wir die Strasse hin. So viel interessanter als die B6. Mal runtergucken. Hier auch. Das ist Erdmahl. Die ganzen Gefallenen stehen drauf. In 300 Metern rechts abbiegen, dann links abbiegen. Unser Dorf hatte wir noch eins. Die allergrößten Hitlersteine in der ganzen Gegend. Aber sogar mit 4 Stapetten oder Staketten, wie das heißt. So wie Korneln hoch und so. Und dann hat's weh. Das ist Party-Rolles im Dorf. Aber nachher haben Sie gar keinen, für die ganzen Gefallenen, Da haben Sie gar keinen Kernwall. Da haben Sie gar keinen Ehrenstein hingestellt. Wenn Sie steigen, der hinter steigen, oder dann still schweigen. Jetzt links abbiegen. Ja, jetzt links. Oh, hier kannst du mal runterkommen. Du kommst ins Klo. Genau. Wir wollen zum kleinen Dorf. Nachgründung. 2,5 Kilometer der Strasse von Fünft. 2,5 Kilometer der Strasse von Fünft. Man kann so mal reingucken hier durch Wald. Jetzt geht das noch. Ja, hier an Kreuze, für die Gefallene. 2,5 Kilometer der Strasse von Fünft. Oh, jetzt sind wir da nicht. Ach, mach mal. Das ist eine Züge, was ich auch für heute nicht begehe. Nein. Bye-bye.